Karl Bosch war ein deutscher Chemiker, Techniker, Industrieller und Vorstandsvorsitzender des Chemiekonzerns IG Farben. In der Zeit des Nationalsozialismus war er Wehrwirtschaftsführer. Bosch erhielt 1931 zusammen mit Friedrich Bergius den Nobelpreis für Chemie für seine Verdienste um die Entdeckung und Entwicklung der chemischen Hochdruckverfahren. Familie Karl Bosch war der erste Sohn von Karl Bosch Senior, Mitinhaber der Installationsfirma Bosch & Haag in Köln und seiner Ehefrau Paula, Tochter des Julius Emil Liebst und der Maria Adolf. Karl Bosch ist ein Neffe des industriellen Robert Bosch. 1902 heiratete Karl Bosch Else Schilbach. Der Ehe entstammten ein Sohn und eine Tochter. Karl Boschs Neffe ist der ehemalige Chefarzt der Jugendpsychiatrischen Klinik Süchteln Rheinland Gerhard Bosch. Ausbildung und Studium. Am 16. März 1893 erhielt Karl Bosch seinen Abschluss an der Oberrealschule in Köln. Nach dem Schulabschluss begann er ein praktisches Jahr in der Marienhütte im schlesischen Kotzenau, um seine Kenntnisse im Hüttenfach zu verbessern. Im Jahr 1894 hatte Karl Bosch ein Studium des Maschinenbaus und Hüttenwesens an der Technischen Hochschule Charlottenburg begonnen, das er 1896 abschloss. Während dieser Zeit besuchte er jedoch stets auch Vorlesungen über Chemie. In den Hochschulferien arbeitete Karl zwei Monate lang im Hochofenwerk der Krupp Schenhermannshütte bei Neuwied, um Arbeitserfahrung zu sammeln. Im Sommersemester 1896 begann er ein Chemiestudium an der Universität Leipzig, wo er 1898 bei Johannes Wissleisnus mit einer Dissertation über die Kondensation von die Natriumaceton, die Carbonsäure-Dietylista mit Bromacetophenon, promoviert wurde. Seine Disputation bestand er am 24. Mai 1898 mit Summa Cum Laude. Bis Ostern 1899 war Karl Bosch noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Wissleisnus tätig. Während seiner Studienzeit tat Bosch der Burschenschaft Cimbria zu Berlin als Mitglied bei Karriere bei BASF und IG Farben Boschs Eintritt in das Unternehmen BASF im Jahr 1899 auf Empfehlung seines Doktorvaters war der Anfang einer steilen Karriere. 1909 beauftragte die BASF Bosch damit die zuvor von Fritz Haber entdeckte Ammoniak-Synthese auf das Niveau einer Industriefertigung zu bringen. Bosch entwickelte daraufhin zusammen mit Haber das 1910 patentierte Haber-Bosch-Verfahren zur Ammoniak-Gewinnung. Ammoniak ist unter anderem auch Ausgangsstoff für die großtechnische Synthese von Nitraten umgangssprachlich als Salpeter bekannt. 1910 produzierte der erste Versuchsreaktor Ammoniak die Hochdrucktechnik löste die bisherige chemische Technologie ab. Die Arbeit Boschs bildete die Grundlage für ein äußerst gewinnträchtiges Monopol der BASF bei der Herstellung von Ammoniak zur Produktion von Dünger und Sprengstoffen. 1912 wurde mit dem Bau der zweiten Ammoniak-Fabrik in Ludwigshafen begonnen, die 1913 als erste Haber-Bosch-Anlage ihre Produktion aufnahm. 1914 wurde die Landwirtschaftliche Versuchsanstalt Limburger Hof gegründet. Im gleichen Jahr wurde das Salpeter-Versprechen abgeschlossen und die Produktion auf Salpeter umgestellt. 1915 konnte die Salpeter-Fabrik Ludwigshafen in Betrieb genommen werden, infolge der durch die englische Blockade fehlenden Chile-Salpeters sowie der unzureichenden Kapazität des Werkes in Ludwigshafen-Opau. Zur Herstellung von Ammoniak für die Kriegsführung im Ersten Weltkrieg wurde auf Vorschlag Boschs am 1. Mai 1916 bei Leuna mit dem Neubau des Ammoniak-Werkes Merseburg begonnen. Unter Karl Boschs Leitung konnten die Leuna-Werke in nur neun Monaten fertiggestellt werden. Dort wurden bis zum Kriegsende ausreichende Mengen an Ammoniak produziert. Bosch machte sich über mehrere Stationen rasch einen Namen als Unternehmensvorstand der BASF 1916, als Wirtschaftsberater bei den Waffenstillstandsverhandlungen in Spa und Versailles 1918, als Vorstandsvorsitzender der BASF 1919 und als Vorstandsvorsitzender bei der 1925 neu gegründeten IG. Farben Von 1920 bis 1937 war Bosch Senator der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, deren Präsident er nach 1937 wurde. In den 1920er Jahren wurde in Leuna eine Anlage zur Kohleverflüssigung nach dem Bergiers-Pier-Verfahren errichtet. Das durch Hochdruckhydrierung von Braunkohle gewonnene Leuna-Benzin wurde auch deutsches Benzin genannt. Bosch übersiedelte 1923 in die von der BASF für ihn eigens erbaute Via Bosch im Schloss Wolfsbrunnenweg in Heidelberg, in deren Umgebung auch weitere führende Mitarbeiter der BASF ihren Wohnsitz hatten. Wegen seiner Weigerung, die Franzosen im Rahmen der Ruhrbesetzung beim Abtransport des in Opau lagernden Stickstoffdüngers zu unterstützen, wurde er zusammen mit sieben weiteren BASF-Direktoren und Mitarbeitern vom Französischen Kriegsgericht in Landau im Sommer 1923 zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. 1926 begann die großtechnische Kautschuk-Synthese im IG-Werkwohner in Schkopau. Die IG, Farben, die Bosch als Vorstandsvorsitzender leitete, unterstützte 1933 die NSDAP im Wahlkampf mit 400.000 Reichsmark die höchste Einzelspende der deutschen Wirtschaft für diese Partei in diesem Jahr. Um damit dem später geschlossenen Vertrag über eine Lieferung von 350.000 Tonnen Höhtrierbenzin den Weg zu bereiten, die Autarkie-Bestrebungen der Nationalsozialisten für ein von Rohstoffen unabhängiges Deutschland sowie der Beginn der Rüstungswirtschaft förderten, bzw. retteten Boschs Lieblingsprojekte. Die Herstellung von synthetischem Kautschuk und synthetischem Benzin, der IG, Farben drohte aufgrund fehlender Rentabilität 300 Millionen Reichsmark Verlust. Im Kontrast zu den Arrangements mit den Nationalsozialisten stehen Karl Boschs zahlreiche Versuche, der nationalsozialistischen Judenpolitik entgegenzutreten und sich für einzelne jüdische Bürger einzusetzen. Dazu zählten insbesondere Kollegen Boschs Chemiker und Mitarbeiter der IG, Farben darunter etwa auch der Nobelpreisträger Fritz Haber, der 1933 alle seine Funktionen in der deutschen Wissenschaft verlor und 1934 im Exil starb. Im März 1933 kam es sogar zu einem persönlichen Treffen Boschs mit Adolf Hitler, in dem Bosch Hitler vor der Vertreibung der jüdischen Wissenschaftler warnte, diese werfe, so Bosch die deutsche Chemie und Physik um 100 Jahre zurück. Doch Hitler duldete keinen Widerspruch und ließ Bosch hinauskomplimentieren. 1935 gab Bosch auf Druck des NS-Regimes seinen Chefposten im Vorstand der IG, Farben an das NSDAP-Mitglied und den Wehrwirtschaftsführer Hermann Schmitz ab. Er übernahm als Nachfolger des verstorbenen Karl Duisberg den Vorsitz des Aufsichtsrats, womit er gleichzeitig das Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden des IG-Konzerns inne hatte. 1939 begann in Zusammenarbeit mit Dupont die Entwicklung von Nylon und Perlon. Bosch war, nicht zuletzt aufgrund des Verlustes seines Chefpostens und der politischen Entwicklung in Deutschland, schwer depressiv und unternahm 1939 einen Suizidversuch. Er verstarb ein Jahr später am 26. April 1940 in Heidelberg. Die Grabanlage der Familie befindet sich auf dem Bergfriedhof Heidelberg in der Waldabteilung B hoch über der Stadt auf einer Kanzel, mit freiem Blick in die Rheinebene. 1998 eröffnete am Schloss Wolfsbrunnenweg in Heidelberg das Karl-Bosch-Museum Heidelberg. Der ehemalige Wohnsitz von Karl-Bosch die Villa Bosch beherbergt heute die Klaus-Schirer-Stiftung, Karl-Bosch und der Nationalsozialismus. Bosch hatte eine sehr zwiespältige Einstellung zum Nationalsozialismus. Anfänglich sagte er über Hitler, den braucht man ja nur anzusehen um Bescheid zu wissen und drückte so seine Ablehnung gegen Hitler aus. Später lobte er Hitler wiederum als den Mann, der als erster die Arbeitslosigkeit als Kardinalproblem der Wirtschaftsnot klar erkannt habe und als einziger Maßnahmen zur Überwindung durchführte. 1926 herrschte in den Leuner Werken das Problem, dass die Herstellung des Benzins teurer war als die Einführung von normalem Benzin. Adolf Hitler gewährte daraufhin Schutzzölle, um das deutsche Benzin konkurrenzfähig zu halten. Hitlers Feststellung der synthetische Treibstoff sei für ein politisch unabhängiges Deutschland zwingend notwendig, kommentierte Bosch mit. Teilweise gab Bosch der Politik auch eine Chance. Beispielsweise schrieb in einem Aufsatz in der Frankfurter Zeitung mit dem Titel »Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg«. Den Grund dafür sehe ich darin, dass zum ersten Male seit dem Kriege eine deutsche Regierung nicht nur Versprechungen macht, sondern auch handelt. Was Bosch an der Regierung besonders befürwortete, waren die Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung und die Entlastung der Steuern. Selbstverständlich profitierte sein Unternehmen nicht unmaßgeblich von den Autarkie-Bestrebungen des Deutschen Reiches. Um nicht von der Regierung niedergemacht zu werden, musste er immer häufiger öffentlich verkünden, wie sehr er das Regime schätze. So kann man also sagen, Bosch unterstützte Hitler, um seine Forschungen finanziell abzusichern und seine persönlichen Interessen voranzutreiben. Jedoch hatte Karl Bosch eine sehr ablehnende Meinung zur antisemitischen Gesetzgebung und setzte sich für den Verbleib jüdischer Wissenschaftler in Deutschland ein. Aus diesem Grund hatte er kein besonders gutes Verhältnis zu Hitler. Ein Beispiel für Boschs negative Einstellung zum Nationalsozialismus kann man darin erkennen, dass er erst sehr spät zuließ, alle nicht-arischen Mitarbeiter aus der IG Farben zu entlassen. Dies geschah nur auf Druck von NS-Gesetzen durch Denunziationen aus den eigenen Betrieben und aus Angst vor Enteignung als jüdisches Unternehmen. 1934 wurde der Presseschef der IG Farben Heinrich Gattenow im Zuge einer Säuberungsaktion anlässlich des Römputsches verhaftet. Nach seiner Entlassung fuhr Gattenow zu Bosch, welcher dessen Entlassung mit den Worten »Natürlich bleiben sie auf ihrem Posten« vom Tisch kehrte. Des Weiteren bot Karl Bosch seinem Kollegen Fritz Haber Hilfe an, als dieser vertrieben wurde und viele Fachkollegen sich von ihm abwandten. Es ist Bosch zu verdanken, dass trotz Verbot eine Gedächtnisfeier zum Tode von Haber durchgeführt werden konnte. Bosch sah in der Unterdrückung und Entlassung jüdischer Wissenschaftler ein großes Problem und kritisierte deshalb die wissenschaftsfeindliche NS-Politik auf das Schärfste. Er forderte wiederholt die Förderung der Wissenschaft und Bildung durch Staat und Industrie. Nur sein internationales Ansehen bewahrte ihn vor politischen Sanktionen. Bosch vertrat die Meinung, wenn schon parteipolitische führende Positionen in Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft besetzt werden müssen, dann mit seinen Leuten statt mit NS-Politikern, die von der Sache nichts verstehen, dass die damit verbundene Hoffnung, das Schlimmste verhindern zu können, falsch war und Bosch dadurch mitschuldig wurde an den Verbrechen der NS-Regimes, bemerkte er leider zu spät. Es wird berichtet, dass Bosch bei einem Treffen mit Hitler seine Judenpolitik angegriffen habe. Er warnte Hitler, dass die Vertreibung jüdischer Wissenschaftler die deutsche Physik und Chemie um 100 Jahre zurückwerfen werde. Da begann Hitler zu schreien, dann werden wir 100 Jahre lang ohne Physik und Chemie arbeiten. Dann klingelte er nach seinem Adjutanten und erklärte mit übertriebener Höflichkeit, dass der Geheimrat zu gehen wünscht. Auch Boschs Beteiligungen an der finanziellen Unterstützung der Nazis können teilweise widerlegt werden. Ende Februar 1933 lud Hermann Göring Bosch persönlich zu einer Besprechung ein, zu welcher er jedoch nicht hinging. Ein Vertreter der IG, welcher an seiner Stelle zu der Besprechung gegangen war, berichtete Bosch anschließend. Unerwartet war Hitler bei dem Treffen aufgetaucht und hielt eine lange Rede. Anschließend überraschte Jalmar Schacht die Versammlung mit der Aufforderung, einen Wahlfonds von 3 Millionen Mark für Hitler zu zeichnen, bei dem sich der Vertreter der IG nicht als einziger davon ausschließen konnte. Als Karl Bosch davon erfuhr, schwieg er und zuckte nur mit der Schulter, was stets ein Zeichen war, dass ihm etwas sehr missfiel. Bosch hat hinterher keinem Hehl daraus gemacht, wie wütend er über diese Sache war und für wie falsch er diese Unterstützung hielt. Er stand aber vor einer vollkommenen Tatsache und konnte nichts mehr ändern. Beide Verhaltensmuster Ablehnung des NS-Regimes bei persönlicher Betroffenheit und Engagement mit dem Regime. Wenn es um wirtschaftliche Dinge ging, auch mit der Erklärung nur so, das Schlimmste verhüten zu können, zeichnen Boschs zwiespältige Haltung aus. Jedoch hatte Bosch in Sachen Judenpolitik eine klare ablehnende Meinung. Private Interessen In seiner Freizeit hat sich Karl Bosch in ganz besonderer Weise mit Entomologie beschäftigt. Er sammelte und präparierte selbst Schmetterlinge und Käfer. Bosch besaß auch eine umfangreiche botanische Sammlung. Sein Herbarium, das er überwiegend aus käuflichem Erwerb und durch Tauschgeschäfte zusammengetragen hatte, umfasst 12.000 Belege. Die Sammlung gelangte 1950 in den Besitz des Naturmuseum Sengenberg der Stadt Frankfurt am Main. In der Sammlung Bosch finden sich vor allem Laubmose Deutschlands und Europas, daneben Lebermose und Flechten. Darüber hinaus eine Spezialsammlung der Moosgattungsfaknum. Darüber hinaus beschäftigte sich Bosch auch mit Mineralogie und Astronomie. Er nahm immer wieder die Rolle eines Förderers und Stifters ein. So unterstützte er ab 1930 über die Imprimator GmbH die liberale Frankfurter Zeitung mit erheblichen finanziellen Mitteln, Ehrungen, Auszeichnungen zu Lebzeiten. 1926 Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, 1931 Nobelpreis für Chemie zusammen mit Friedrich Bergius, 1935 ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 1936 Ehrenmitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1937 Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, 1939 Goethe-Preis der Stadt Frankfurt. Nach Kalbosch wurden benannt, der Mondkrater Bosch, der Hauptgürtel Asteroid Bosch, die Kalboschstraße und das Kalboschhaus in der Maxdorfer BASF-Siedlung. Das Kalboschhaus in Frankfurt, a. Sitz der Gesellschaft Deutscher Chemiker, das Kalboschgymnasium in Ludwigshafen, die Kalboschschule in Heidelberg, eine berufsbildende Schule, der Kalboschsaal im CCE Kulturhaus Leuner.